Musik Einen schönen guten Morgen aus dem Parlamentsauswechquartier in der Wiener Hofburg. Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung des Bundesrates. Der Nationalrat hat vergangene Woche von Mittwoch bis Freitag getagt und befindet sich mittlerweile in der Sommerpause. Viele der Beschlüsse der letzten Nationalratssitzungen müssen jetzt noch im Bundesrat behandelt werden.